Das ist Homies, Folge 2. Let's go! Wie hoch ist Hichans FIFA 21 Temporating? A 88, B 90, C 93. Ich glaube 93. Ja, das ist sicher. Ich weiß diese. Wie hoch ist Hichans FIFA 21 Temporating? A 88, B 90, C 93. 93. Ja, einfacher. Nicht einfach, weil ich habe 91. Deswegen dachte ich, es ist ein bisschen, kann man schon sagen, ein bisschen schneller. Wie viel hast du? Ich glaube, ich habe 91 oder 90. 91? Ja, mein Future ist gerade. Warum lachst du hier? Ja, wie schnell. Sei froh, das gibt es in FIFA nicht, wie schnell es im Kopf ist. Sonst bin ich 101. 2020 erzielte Hichan das schnellste Tor in der südkoranischen Fußballgeschichte. Wie lange hat er dafür gebracht? Wo soll ich das wissen? Ich glaube, B 16 Sekunden. 2020 erzielte Hichan das schnellste Tor in der südkoranischen Fußballgeschichte. Wie lange hat er dafür gebracht? A 12 Sekunden, B 16, C 21. Ich habe gesagt 16 Sekunden. Oh, richtig? Echt? Ja. Ja, weil 12 ist zu schnell für dich. Für mich? Dann bist du schnell. Was heißt das? 12 wäre zu schnell gewesen und 21 ist so. Okay, hätten sie nicht auf C gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen mit Auggie gemacht. 16. Aber hat gereicht. Welcher Song darf in Hichans Pre-Match-Playlist nicht fehlen? A PSI, B, BTS, C, BLACKPINK. Ich glaube B, BTS. Weil die anderen kann er nicht hören. Welcher Song darf in Hichans Pre-Match-Playlist nicht fehlen? A PSI, B, BTS, C, BLACKPINK. Ich habe gesagt B, BTS. Kennst du schon BTS? Nein. Aber warum machst du? Ja, weil ich ihn nicht kenne und sicher irgendeine Koranische. Und kennst du BLACKPINK? Nein. Auch nicht? Ja, ich höre normalerweise diese drei. Alle drei hörst du? Ja, normal schon. Ja, sogar PSI auch. Ja. Vom Spiel bekomme ich viel Motivation. Echt? Ja, aber ich wusste nicht. Das ist von… C, BLACKPINK. 2005 dieser Lied. Ja. Mit welchem Wortspiel würde Hichan bei RB Leipzig vorgestellt? A. Hwang Nam Style. B. Wenn nicht jetzt. Hwang Nam. C. Du bist ein spezieller Hwang. Hang. Oho. Hwang Nam. Egal welche ich muss A sagen. Hwang Nam Style. Mit welchem Wortspiel würde Hichan bei RB Leipzig vorgestellt? A. Hwang Nam Style. B. Wenn nicht jetzt Hwang dann. C. Nee, der special Wang. Ich habe gesagt, Wangnam-Style. Ja, einfach. Einfach Wangnam-Style. Ja, jetzt jeden Tag. Ich nenne dich so. Jeden Tag. Welchen Snack würde Heechan auf einer einzelnen Insel mitnehmen? A. Kartoffelchips, B. Eis, C. Gummibärchen. Ja, er isst keine Gummibärchen und wenn im Trainingslager Eis war, hat er jetzt nicht übertrieben viel gegessen. Also ich glaube, A. Kartoffelchips. Welchen Snack würde Heechan auf einer einzelnen Insel mitnehmen? A. Kartoffelchips, B. Eis, C. Gummibärchen. Ich habe gesagt, A. Guck mal, da steht. Nur eine ist kürzer. Eis. Ja, aber trotzdem. Eis kannst du nicht mitnehmen. Hast du Kühlschrank in der Insel? Nein, aber das kann ich mitnehmen. Ja, okay. Dann steht hier Eis mit Kühlschrank. Dann sage ich auch Eis. Wie viele Pflichtspiele hat Heechan gebraucht, um sein erstes RBL-Tor zu erzielen? A, eins, B, zwei, C, drei. Wenn ich gut erinnern kann, dann eins. A. Wie viele Pflichtspiele hat Heechan gebraucht, um sein erstes RBL-Tor zu erzielen? A, eins, B, zwei, C, drei. Ich habe gesagt, eins. Richtig. Eins. Ja, ich kenne ihn. Ich habe den ersten Pokal gegen Nürnberg, erstes Spiel, erstes Tor. Ich wusste nicht, dass es Nürnberg ist, aber ich wusste, dass du Tor gemacht hast. Wenn er nicht Fußballer geworden wäre, was würde Heechan heute tun? A, Boxer. B, Judo. C, Taekwondo. Boah. Wir haben richtig viel überlegt. Ich glaube, letzte Woche, dass er in der Schule immer gefetzt hat. Jeden Tag sogar, hat er gesagt. Und hat er nie verloren. Ich glaube, er wäre Boxer. A, er wäre Boxer. Wenn er nicht Fußballer geworden wäre, was würde Heechan heute tun? A, Boxer. B, Judo. C, Taekwondo. Ich habe gesagt Boxer. Warum hast du Boxer? Weil du jeden Tag in der Kabine solche Sachen tust und gegen alle boxen willst und trotzdem geht nicht. Aber trotzdem habe ich gesagt. C, Taekwondo. Als ich jung war, habe ich immer zwei Jahre Taekwondo gelernt. Zwei Jahre? Ja. Zwei Jahre. Wie viele Follower hat Shobo auf Instagram? A, 225.000. B, 251.000. C, 272.000. Ich glaube, C. Wie viele Follower hat Shobo auf Instagram? A, 225.000. B, 251.000. C, 272.000. Habe ich C gesagt. Ah, stimmt. Ja. Du hast viel Fans. Und wo wusstest du das? Ja. Einfach. Du hast viel Fans. Stimmt. 272. Worauf achtet Shobo am meisten bei seinem Aussehen? A, Schühe. B, Fingernägel. C, Frisur. Einfach. Wir wissen alle. Das weiß jeder. Das ist einfach. Kannst du jeder fragen. Ja. Immer Vorspielen. Ja. Muss, Bruder. Muss. Für den Fans. Gut. Ja. Wichtig. In welcher TV oder Netflix Serie würde Shobo gerne einmal mitspielen? A, Prison Break. B, Haus des Geldes. C, Breaking Bad. Ich sage B. Warum, weiß ich nicht. Bruder! Stark! Neymar spielt auch hinten. Ja? Ja. Ja. Deswegen, Prison Break ist zu weit. Ist das Spiel? Ja. Wie viele Aufrufe hat Shobos Vorstellungsvideo bei RB Leipzig derzeit auf YouTube? A, 45.200. B, 47.800. C, 41.000. C, ja. Der hat viele Fans. C, denke ich, ja. Ja. Wie viele Aufrufe hat Shobos Vorstellungsvideo bei RB Leipzig derzeit auf YouTube? A, 45.200. B, 47.800. C, 51.000. Habe ich C gesagt. Ah, so viel nicht, Bruder. Ja? Bisschen weniger, bisschen weniger. Schade. Ja. Ui. Falsch. Endlich einmal. Wie viele FIFA 21 Sterne hat Shobos für seinen schwachen Fuß? A, 3. B, 4. C, 5. A, 3. Er spielt mit links auch gut, aber ich glaube, 4 ist zu viel. Ja, 3 reicht. Wie viele FIFA 21 Sterne hat Shobos für seinen schwachen Fuß? A, 3. B, 4. C, 5. Habe ich A gesagt. Hast du A gesagt? Ja. 4? Ja. Ui. Nummer 5, aber… Nummer 5? Nummer 5. Ich bin gleich rechts links. Gut, gut. Falsch. 4. Falsch. Links nicht schlecht. Wir haben schon viel linken Fuß zusammen gewählt. Aber mein besser als deins. Was hat er? Ah. Ich denke 3. Ja, siehst du? Nummer 5. Ich bin besser als deins. Auf dem Platz. C, wie viele hast du? Drei. Wie viele habe ich? Vier. Fertig. Fertig ist erledigt. Hast du mit dem linken Fuß Tor geschossen? Klar. Wo? Wir haben sogar zusammen gespielt. In Salzburg gegen Stur. Aber das habe ich. Das erledere mich nicht. Du hast mit mir gespielt. Du warst auf dem Platz. Du warst zu langsam deswegen. Hohoho. Ja? Welcher Spieler hat Shobo auf seinen ersten Fußballtrikot drücken lassen? A, Cristiano Ronaldo. B, Zidane. C, Ronaldinho. A, Cristiano Ronaldo. Ich habe das letzte Mal von der Zeitung gelesen. Er liebt vorher Ronaldo. Sein Lieblingsspieler ist Ronaldo. Welcher Spieler hat Shobo auf sein erstes Fußballtrikot drücken lassen? A, Cristiano Ronaldo. B, Zidane. C, Ronaldinho. Nein! Du musst sagen, was... Ich habe A gesagt. A? Cristiano Ronaldo. Nein, hast du nicht. Dein Idol, oder? Ja, aber hast du nicht. Hast du gesagt? Ja. Ja, stimmt. Ja! Hast du Ronaldinho gelesen? Ja. Stimmt. Die sind easy, easy Fragen. Das ist für mich einfach, ja. Für mich einfach, ja. Was ist Shobo's geheime Schwäche? A, Sikifahren? Skifahren. Ah, Skifahren. Okay. Was ist Shobo's geheime Schwäche? Hahahaha, Hahahaha. 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 Musik war genau fertig. Hahahaha. Was hast du gehört? Hahahaha. Mein Gott, ey. Hahahaha. 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 einpacken. Vergiss immer seine Schlüssel. Ja, das ist so einfach. Er vergisst immer seinen Schlüssel. Deswegen hat er ein Necklass hier. Er hat viele Schlüssel da. Was ist Jobos geheime Schwäche? A. Skifahren. B. Rückwärts einpacken. C. Vergiss immer seine Schlüssel. Habe ich C. gesagt? Nein. Ski gefahren, Bruder. Echt? Ja. Ich bin nie Ski gefahren. Nie Family Day Ski gefahren, weißt du nicht? Du passt nie auf. Das habe ich nie gewusst. Das musste ich selber hinschreiben, deswegen habe ich hingeschrieben. Ich wusste, das weißt du nicht. Okay. Einfach habe ich gewonnen. Nein, er weiß, deswegen hat er nicht geantwortet. Er hatte einfacher Fragen. Bis nächstes Mal. Hoffentlich bei den anderen werden nächstes Mal kommen. Habt ihr auch Spaß, wie bei uns oder wie bei Angel und Dai. Also bis nächstes Mal.